Nichts ist sicher, außer dem Tod und den Steuern. In diesem Zusammenhang darf ich Sie zu einem kleinen Update begrüßen, was steuerliche Aspekte für Kapitalanleger betrifft. Zunächst einmal festgemacht an einem Praxisbeispiel. Ein Anleger hat im Jahr 2017 in Aktien investiert, konkret in Einzelwerte, hat dann im Rahmen der Corona-Pandemie im Frühjahr diesen Jahres seine Anlagestrategie über den Haufen geworfen, hat die Aktien veräußert und dementsprechend einen Verlust mit Einzelwerten realisiert. Dann kam dieser Anleger zu uns und hat gesagt, er möchte keine Einzelaktien mehr, er möchte jetzt breit investieren, er möchte nur noch börsengehandelte Indexfonds, sogenannte ETFs. Und dann an dieser Stelle wird dem Profi unter Ihnen schon deutlich, dass dann ein steuerlicher Hinkefuß zu berücksichtigen ist. Verluste aus einzelnen Aktien können Sie nur mit Gewinnen aus einzelnen Aktien verrechnen. Das heißt, im konkreten Fall würde man den Wunsch umsetzen, eben nur in ETFs, also Fonds zu kaufen, dann würden zukünftige Gewinne im sogenannten allgemeinen Topf entstehen. Diese wären nicht mit den Verlusten aus dem Aktientopf verrechenbar. Das heißt, wir hätten sofort bei Gewinnen steuerlich relevante Gewinne, die zu einer Steuerpflicht führen. Das heißt, in diesem Kontext gilt es abzuwägen, zwischen den Wünschen, die man hat, breit zu investieren, und den steuerlichen Konsequenzen. Würde man nicht in Einzelwerte investieren, würden die Verluste nicht genutzt werden. Von daher macht es wahrscheinlich Sinn, eine breite Anlagestrategie auf Einzelaktienbasis abzubilden. Hierzu typischerweise 30 bis 40 sinnvoll diversifizierte Einzeltitel notwendig. Und wenn dann durch zukünftige realisierte Gewinne der Verlust im Aktientopf durch Gewinne ausgeglichen ist, dann kann man eben zur gewünschten Anlagestrategie mittels ETFs oder auch sonstigen Fonds wechseln. Ein anderes Thema, was durchaus erfreulich ist, seit der Einführung der Investmentsteuerreform zum 01.01.2018 werden Investmentfonds neu besteuert. Ein wesentlicher Aspekt ist der, dass wir eine sogenannte Vorabpauschale haben, die konkret für thesaurierende Fonds gilt. Und hier ist es ganz wichtig, welcher Basiszins zugrunde gelegt wird. Und das habe ich Ihnen mal mitgebracht für das Jahr 2020. Und wir sehen, das Niedrigzinsumfeld hat hier seine Auswirkungen. Wir haben einen Zins von 0,07%, was am Ende dazu führt, egal ob Sie einen Mischfonds, einen Aktienfonds oder einen sonstigen Fonds haben, dass die thesaurierten Erträge quasi steuerfrei sind. Aber man darf es nicht nur positiv sehen. Auf der anderen Seite bauen sich natürlich dementsprechend auch unversteuerte Erträge auf. Das heißt, wenn man seine Vermögensbilanz erstellt und in einigen Jahren feststellt, Moment mal, da sind ja 100.000 Euro zusammengekommen als Gegenwert, dann muss man sich immer klar machen, dass in diesem Bilanzwert auch die nicht realisierten Gewinne drinstecken. Die sind dann der Steuer zu unterwerfen und würden dementsprechend nach aktuellem Recht zu einer Steuerbelastung von roundabout 25% plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer führen. Das heißt, wenn Sie Ihre Vermögensbilanz entwickeln, diese aufstellen, hinterfragen Sie immer, habe ich steuerverstrickte Erträge, die hier zu berücksichtigen sind, weil sonst vergleichen Sie am Ende des Tages Äpfel mit Birnen. Also beispielsweise gesprochen, ein Gewinn aus Wertpapieren, die Sie vor dem 01.01.2009 erworben haben, da brauchen Sie keine großen Steuern mehr zu berücksichtigen. Bei Wertpapieren, die Sie nach dem 01.01.2009 erworben haben, haben wir durchaus diese Verstrickung zu berücksichtigen. Ansonsten ein großes Thema, es gibt keine steuerfreien Erträge mehr. Ist das wirklich so? Sie haben heute immer noch die Möglichkeit, steuerfreie Erträge zu erzielen. Beispielsweise bei durch Edelmetallen gedeckten Wertpapieren haben wir den Fall, dass diese nach 12 Monaten steuerfrei sind. Bei Fremdwährungskonten, die keine Zinsen aufweisen, haben wir ebenfalls die Spekulationsfrist von 12 Monaten. Aber Sie können auch durchaus Wertpapierstrategien durch einen Versicherungsmantel, durch eine Versicherungsanlage und eine geschickte Vertragskonstellation so strukturieren. Dass Sie eine sogenannte einkommensteuerfreie Todesverleistung erzielen. Und dann haben Sie letztendlich auch den kompletten Vermögensaufbau, die hoffentlich positive Vermögensveränderung steuerfrei gestellt. Dazu gibt es natürlich eine Bedingung. Insbesondere sollten die Kosten des Versicherungsvertrages auf einem ordentlichen Niveau sein, also nicht zu hoch sein. Und das Ganze können Sie sehr einfach steuern, wenn Sie Angst vor Interessenskonflikten haben. Suchen Sie einfach einen Berater, für den es keine Rolle spielt, ob Sie das Geld im Depot, in einer Versicherungsstruktur, in einer Personengesellschaft, einer Kapitalgesellschaft oder vielleicht auch einer Stiftung anlegen. Weil ohne Interessenskonflikt wissen Sie eben immer, dass derjenige Sie neutral berät. Ein anderes Thema, was insbesondere die Unternehmer unter Ihnen treffen kann. Sie haben vielleicht die Begriffe Verwaltungsvermögen schon einmal gehört. Insbesondere das junge Verwaltungsvermögen, ein Thema. Stellen wir uns die folgende Konstellation vor. Sie bekommen die Mitteilung, dass Ihre Bank eine Verwahrgebühr respektive Strafzinsen erheben möchte für Kontoguthaben. Sie sagen, na gut, ich nehme das Angebot der Bank wahr, zeichne jetzt einen defensiven Mich-Fonds. Und dann, wenn Sie das Problem haben, respektive Ihre Erben, dass Sie die nächsten zwei Jahre versterben oder Sie Ihr Vermögen im Rahmen der Schenkung übertragen könnten, dann sollte man hier berücksichtigen, dass wir hier gegebenenfalls ein wieder junges Verwaltungsvermögen haben. Also von daher an die Unternehmer, bevor Sie aus Kontoguthaben Wertpapiere machen, sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater. Viel mehr will ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Ja, meine Damen und Herren, also Steuern sind ein interessantes Thema, nicht nur zum Jahresende. Wer intelligent mit der Steuerbelastung umgeht, der findet auch vielfältige Möglichkeiten, die steuerliche Belastung sinnvoll zu steuern. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.